Hallo, zurück zu Resident Evil Revelations. Habt ihr alle drauf gefasert auf die nächste Folge? Sehnsüchtig. Ich glaube es gibt niemanden, der da nicht drauf... Weißt du? Erstmal... So. Juhu! Juhu! Guck mich an, guck mich an! Guck mich an! Yay! Juhu! So fabulous! Okay, gut, weiter. Nicht gay oder so. Nein. Das ist... Nein, nein. Das ist... Ganz normal. Jeder durchlebt diese Phase, Jared. Ich weiß. Ich kenn das von dir. Ah! So cool, also. Sawcall! Sawcall! Ist das jetzt sehr schwer? Das ist das erste, erste Level. Sehr schwer. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Das ist das erste, erste Level in sehr, sehr, sehr schwer. Das heißt sehr, sehr, sehr schwer oder nur sehr, sehr schwer? Sehr schwer. Ja. Gut, ich hab mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass man die Leiter nicht von alleine hochgeht, sondern sie hochlaufen muss, aber das ist trotzdem ein Quick-Time-Event gestartet wird. Ich hasse diese Kombination, die ist einfach okay. Ich möchte zu einer Leiter hingehen, können sie hochlaufen können, wie in Half-Life. 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 Oder ich drücke drauf und dann geht sie von selbst hoch. Aber die Mischung ist halt einfach überflüssig. Ja, die ist richtig flüssig, Alter. So flüssig, dass sie schon überflüssig ist. Ja. Jared. Ich möchte bitte einen Preis für die schlechtesten Witze der Welt haben. Ein T-Shirt, wo einfach drauf steht, ich bin behindert. Ich bin behindert, verbreite solche Menschen wie mich bitte nicht. Cool. Alles klar. Äh, schreibe ich auf deine Boxershirts. Ah. Was am safesten. Ja, weißt du, so, äh... Ja, ja. Bitte krieg keine Kinder mit dem. Hashtag no child, Hashtag... Tötet ihn und ver... äh... Tötet ihn vor das Eier leg. Ja. Warte mal, nein, das wäre viel zu... Dann würde ich mir ja wehtun müssen. Hä, ey, was? Wenn auf meiner Boxer steht, äh, Boxer steht, tötet ihn und verbrennt ihn, dann... Dann... Ja. Das stimmt schon. Und das wäre ja nicht schön. Schmerzen mag ich nicht. Es ist auch für mich völlig unverständlich, auf Schmerzen zu stehen. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist großartig. Ich meine, wieso? Bis zu einem gewissen Punkt sind, sind Schmerzen ja... Äh, Schmerzen sind ja sowas ähnlich wie eine körperliche Reizung. Ja. Ja. Also, nein, nicht das... also nicht so, sondern ich meine, ähm... Wenn du... einen Teil deines Körpers berührst... Oh, man klingt das geil, Alter. Ähm... Ähm... Dann löst das ja gewisse Reize aus. Ja, und das ist eine Überreaktion. Genau, und das ist einfach nur eine Überreaktionsschmerz. Du musst ja auch nichts andererseits berührt werden, nur ein bisschen... Ja, genau, deswegen. Ein bisschen härter. Deswegen muss man halt eine Differenzierung zwischen Schmerzen zu führen und... Äh... Äh... Ja. Es sei denn, es sind halt so... Es sei denn, es sind halt so... Du stehst halt schon drauf, wenn man dir ein bisschen auf einen Ars schlägt. Ars! Ars! Wollte erst S sagen, und dann bin ich zu Arsch konvertiert. Okay. Konvertiert. Bis zum Islam konvertiert, alles klar. Ja, ich halt. Es... äh... Ja. Ähm... Boah, warum ist mein Halt so trocken? So schlimm ist... Jiii! Weil ich hab schon wieder... Ich hab eigentlich nicht ganz herzliche Teile bekommen. Kann ich nicht... Will ich alle fünf Level irgendwas bekommen? Das ist doch grausam hier. Manno! Ähm... Oh, Mann! Ich muss eigentlich... Mal wieder mein Zimmer aufräumen. Komm jetzt aber. Abgeschlossen! So, hier ist noch ne Magnum. Ja, da steht immer noch, dass du auf 25 runter geregelt wirst. Sogar hier im Menü. Ne Python 24, ich glaub, die kann nicht so viel. Ich glaub, du benutzt irgendwie so Waffen, die so niedrig sind oder so. Keine Ahnung. Jaaa, das... Ne, ich hab mir gerade neue Waffen gekauft letztens. Deswegen, das kann nicht sein. Oh so. Jetzt erst mal die ganzen Waffen hier. Ich hab dich übrigens schon wieder eingeholt. Das. Also bis jetzt 30? Bald? Mhm. Weil mir fehlt nur noch so ein ganz köller Pimmel. Wir spielen jetzt seit 44 Minuten. Kommt das hin? Ja. Gut, danke. Ich lass... behalte... behalte mal... ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Behalte mal irgendwie so ne alte Waffe oder so so ein paar. Mhm. Äh, dann können wir also wenigstens eine oder so. Dann kann man später mal sich eine Herausforderung geben. Ja, das hab ich vorhin schon mal vorgeschlagen. Wollen wir uns einfach rausrüsten? Schlechtere Waffen? Ja. Okay, das ist ne Idee. Ich rüste jetzt einfach mal so vier... Stufe 14 Waffen und so aus. Ja. Das ist das Niedrigste, was ich finden könnte. Ich hab grad schon die Niedrigs eigentlich gelöscht so, aber... Das ist noch so 13. 13 ist super. So. 18, Stufe... 9 ist, glaub ich, zu low. Obwohl, zu low geht nie. Doch, geht schon, aber... Dann nehm ich mal ne Pistole auf 18, so. Genau. Dann müssen wir halt zusammenbleiben, weil dann müssen wir uns halt zusammenreißen. Anaconda Stufe 18. Wollen wir trotzdem auch sehr schwer spielen? Ich weiß nicht, ob wir das packen. Ich kann das nicht einschätzen. Ich glaub, dann nehm ich, um einfach nur damit's besser ist, nehm ich dann, glaub ich... Dann kann ich... Ich könnte aber nur noch 2. AK mitnehmen, ne? Was... was willst du denn jetzt? Oh ne, der Shotgun ist halt schon geil. Sehr schwer oder... nicht so sehr schwer? Ja. Doch mach ich einfach so... Äh... Ne, das ist dumm, das, oder? Das will ich kurz nachdenken, die... Ne, wir gönnen uns, glaube ich, sehr schwer einfach. Hm? Ja, wollen wir das mal raus. Wir bleiben zusammen und dann versuchen wir das echt... Ja, wir haben jetzt das komische Schlauch-Level, das komische Gang-Level. Ah, okay. Das ist ein bisschen nicht ob suboptimal, ne? Okay, warte, dann mach ich ein anderes. Mach irgendwas, wo... ja, also eins wird im Gang am besten. Wo ein bisschen Freiraum ist, damit man nicht von allen Seiten bedrängt wird, weißt du? Ich hab schon wieder 395.000. Nice. Ach, okay. Der Kollege schon wieder, aber es ist jetzt... Das ist jetzt aber ein sehr schweres. One-Hit. Ist klar. Hä? Was? Mit was für ner Waffe schießt du? Mit meiner... 2005 M... ...auf Level 18. Ach, Level 18, ja. Die Level 18 ist ja high. Level 12 machen wir. Okay. Scheiß, hab ich mal in deinen Condor drin gelassen? Boah, alter. Alter. Okay, ne, das war die High-Waffe. Ich versuche mal mit der Pistole zu spielen. Ja, ich schwör erstmal mit der niedrigsten. Ja, ich schwör erstmal mit der niedrigsten. WTF, alter. Das ist... Ich hab ne Stufe für 13 Waffe gerade. Ich ne Stufe. 18 Waffe Pistole dafür. Pistole ist dann halt schon High-Challenge. Geht. Die hat wenigstens nicht so nen ekelhaften Rückschuss wie diese komische Goldene, die hier hat. Oder ist es nicht, oder ist es keine 13er? Ne, 18er, aber die macht halt nicht so viel Schaden. Ich meine meine. So deine, kann ich nicht, das kann ich nie riechen. Hä, kann man noch gar nicht sehen im halben Spiel. Ne, kann man auch nicht. Ne, 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 ne. Oh, ne, ne, ne. Weil die kommt mir zu gut vor, deswegen. Keine? Ja. Kommt mir zu, sofort würde sie zu viel Schaden machen. Ja. Bin ein Roboter, warte. Will den Roboter... Oh nein, das ist nicht der Roboter. Will den Roboter... Oh nein, das ist nicht der Roboter. Ist auch nicht der Roboter. Ist auch nicht. Siehst du, was ich die ganze Zeit im Hintergrund hatte? Ups. Yeah. Diese Waffe ist so ekelhaft, die hat so nen ekelhaften Rückstoß. Luxusprobleme. Boah, ist die viel geiler. Boah, die ist nice. Äh, die ist halt Stufe 15, die ist halt high. Oh lol, ich glaub das war die, der ich nen Speedboost gegeben hab. Früher. Die ist richtig crazy. Damals. Guck dir die, 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 dann hättest du dir die Schussrate an. Auf welchem, auf welchem Level habt ihr angefangen? Mit eins? So, mit Auf-, nein, Aufnahmen. Ich glaub mit 20. 23. 23. Oder 20? Irgendwas mit 20. Hast du gesehen, was für ne krasse Ninja-Rolle der Guard gemacht hat? Nö. Also ja, haben wir eine Ninja-Rolle. Weil wir alle Gegner... Ah ja, wir, wir werden chillen, wir schon alle Gegner. Ja, du hast mal wenig Leben, was mit dir? Ja, ich wurde vorhin hartscht. Ey, die ist leider leer, schade. Oh lol, oh lol. Kritische Situation. Geht so, ne? Abgesehen davon, dass ich... Wow, schon wieder angefackelt wurde. Äh... Und ich halt keine Munition mehr hatte. Ich hab wieder keine Munition mehr gesammelt. Ich intelligierter Dude. Ja. Ja, ja, ja. Huie. Ich hab' jetzt einmal... Ich glaube, dieses Mal hab' ich nicht zu viel von irgendwas. Ich hab' auch keine Kisten geöffnet und so. wir machen natürlich noch eine ok ok ich glaube so oft Uhrzeit guckt ab und irgendwie achso ja einen machen wir noch dann machen wir noch einen jetzt so ja gut du stehst davor so die Waffe war tatsächlich noch High Level und hier ist eine Stufe 11 ne das ist eine Stufe 13 und eine Stufe 15 tatsächlich aber die Stufe 15 hatte ich aufgerüstet die ist echt nice also weil die hatte so ein wir hatten extrem hohe Feuerrat für diese für eine so und das andere auch an der Conner Stufe 18 ja das war die heiße die ich hatte das war die heiße Waffe die ich hatte und die hat einfach total gefickt jetzt so ich habe jetzt gefühlt nur MPs ja ich guck mal vielleicht gibt's ja im Shop irgendwas richtig lauerhaftes aber ich glaube nicht nein tut's nicht da gibt's nur die höchsten die heißen die heißen dein Name ist gerade bei der Stufe cool ja ist okay das was denn du bist bereit deswegen steht das da ja und Stufe 30 war von was denn das scheiße Stufe 9 ey das ist doch das ist doch das was ich brauche kaufen was Stufe 9 äh Stufe 11 noch was achso das sind die Waffen die du verkaufst hast glaube ich ah ja das stimmt die werden jetzt erstmal ausgerüstet die nehmen sich nichts äh und hier kommt dann einfach die selbe nochmal rein und nach einer Conner ich werde die du noch kurz auf viel Spaß dabei ich hoffe du erstickst ich will hier mal nämlich gucken was man da so äh und jetzt so weiter geht's ich habe vier abzeichen mehr als sie haben vier abzeichen mehr als happy little clouds steht da ja das ist schön für dich tut mir leid du hast gesagt diese zeiten enden spiel jetzt ganz viel alleine ja ist okay ja mindestens 28 stunden mindestens ich weiß ich mache immer noch übel Fischer look it alters siehst du diese Feuerrate ja meine auch das ist doch nicht mehr normal ich finde ich schieße schneller warte guck wir schießen gegen die Wand ja guck mal ich schießen gegen die Wand ach loins hab ich hast du gesehen naja ich habe mir einen Speedbonus drauf gemacht deswegen ja muss man ja glauben wenn ich sage dass es crazy ist ja ja super freut mich ja musste ich auch was wenn es mich nicht freut was ist wenn es mich entsetzt da in 101 hier Resident Evil 1 gegen 1 Straße ohne Schäden ohne Schäden ohne Schäden alles klar alles klar also was Magnums machen so viel Schaden ich habe einfach zweimal dieselbe MP eine mit Speedboost eine mit Speedboost eine ohne Speedboost ja das habe ich hauptsächlich gedacht weil äh ja das habe ich hauptsächlich gedacht weil äh meine hier weil ich eine Waffe brauchte mit vier Munition weißt du also mir gedacht haben so die ja tendenziell als letztes alle gehen ich habe gedacht ich habe gedacht vielleicht Shotguns oder so halten und vielleicht nicht lange genug durch oder so ich weiß nicht macht man von der Stufe her auch mehr Schaden ich glaube nicht oder? ja klar doch 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 auf jeden Fall voll viel das wird die ja nicht so kaputt machen oder? also wäre jetzt meine Theorie I don't know I can't say it is because I am noob ups hab ich hier Feuer drauf gelegt oder warst du das? das war ich ich habe ja meine äh Python oder so die standard Feuerschaden macht ja ich hab die ja die ist eigentlich richtig nice die war richtig krass und dann mit Lifesteal und so hatte ich die noch aber überleg mal wie lange her das ist und die macht einfach immer noch so viel Schaden du hast die noch? ja das ist die gerade die ich habe da ist die erste Python halt die Python mit äh Feuerschaden ja ja war die erste glaube ich hm kein Wunder mit der Anaconda was hier los guck wieviel Schaden ich mache das war ein Schuss ich habe jetzt mal nicht drauf geschossen um der kleine Freien da in den Freien laufen zu lassen weil da ist es so dicht alter das geht gar nicht klar schade musst du den Asus wieder nehmen wir machen den hier wir nehmen oh lol damit kann man die kaputt machen ja und wir machen jetzt den hier den hier ne ich wollte eigentlich den da machen ich hab doch auch schon den da gemacht ich muss diese Waffe so in Zaum halten ich hab keine Muni mehr das ist natürlich schade ich sterbe ich sterbe ich sterbe doch nicht haha ich muss mal kurz gucken ob hier irgendwo Muni rumliegt zufälligerweise ach ok jetzt waren wir schon vorbei ich hab nur noch äh ja ok wir machen alle Gegner ich hab nur noch so 6 Kills nicht mal ja wir müssen auch nicht mal 6 Kills mehr machen also nicht gegen die Münze schlagen sonst Egg Mac ich hab noch mehr als genug tötest wir brauchen so wir haben es fertig hab ich gemacht ah easy Münze so und ja das war es dann schon wieder ja mit Resident Evil yes yes bis zum nächsten Mal tschüssi tschüssi